Moin moin ihr Landraten, was geht ab? Bleckert aus am Start und willkommen zu einem neuen Triple Vlog mit der Annika und dem David Bost. Was geht ab? Wir waren gerade bei Mehmet Döner essen in Buxtehude und ja, wie das kam? Eigentlich random, Zufall. Wir wollten eigentlich eine Runde fahren heute, die Runde wurde ein bisschen länger, dann waren wir in York, dann in Königreich und dann stand da ein Schild, doch, sechs Kilometer Buxtehude, dachten wir, dann waren wir bemenet. Und ja, jetzt fahren wir ein bisschen durch Buxtehude, genießen das gute Wetter. Annika darf endlich auch wieder auf ihrer Karre fahren. Endlich, ja. Ist ja saisonales Kennzeichen. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf euch mit euren Karren hier, mit den Wettbewerbsmaschinen, weil meine EXT 500er immer noch ein bisschen auf sich warten lässt. Das verzögert sich jetzt alles. Und zwar sollte die heute eigentlich eingetragen werden in Bayern. Problem war, der TÜV-Prüfer, der das macht, ist nur Mittwochvormittags da und Lauch hat das nicht rechtzeitig geschafft, weil sein Ompi, seine Karre, den Geist aufgegeben hat auf der Autobahn. Dann wurde er abgeschleppt vom ADAC und hat es nicht ganz geschafft, leider. Was echt schade ist. Was? Das erste war ja sogar leider. Da waren ja ganz Klarzeichen an. Dann ist er am Kraftwerk, hat auf der ADAC gewartet. Dann war die aus, dann ist er auf Risiko nochmal gefahren, weil er dachte, ja, okay, dann versuche ich so nochmal nach München zu fahren. Und dann ist er 100 Meter gefahren, ist wieder stehen geblieben. Und dann muss er 300 Euro bezahlen, nochmal EXT 500 abschleppen. Ja, das ist echt richtig, richtig schade. Ja, auf jeden Fall macht er das nur mittwochs und deswegen geht es jetzt auch nicht bis nächste Woche. Das heißt, es verzögert sich alles eine Woche und es nervt mich alles ein bisschen. Jetzt muss ich irgendwie klären, weil er muss ja wieder nach Hamburg kommen und arbeiten oder beziehungsweise in Buxtehude, er arbeitet ja hier. Irgendjemand muss sich jetzt nächsten Mittwoch wieder abholen, weil ich kann eigentlich nicht. Ich bin auf der Rennstrecke mit euch beiden, das heißt, ihr könnt auch nicht alles ein bisschen nervig. Ja, was soll man machen? Kommen wir zum Thema, zum Thema dir, David, denn du hast endlich mal ein bisschen Street Legal aufgerüstet. Ja, du hast die gleichen Spiegel wie ich an der 500er aus Metall. Die sind echt geil. Also ich feier die. Die sind ja komplett, hast du genau gerade erwähnt, komplett aus Metall. Und man kann halt wirklich was drin erkennen. Sonst hatte ich immer Spiegel dran, die halt einfach dozierte waren, also drangebaut. Aber ich habe nichts drin gesehen. Ja, und das ist geil, oder? Ja, und vor allem, guck mal hier, pass mal auf, schau mal jetzt vorne hier. Ich habe Laufblinker. Schau dir das mal an. Achso, krass, die habe ich doch auch. Geil, oder? An meiner alten SMCR habe ich die auch. Ich wusste gar nicht, dass ich die bestellt habe. Die waren einfach dann da und dann meinte Niklas, das sind ja Laufblinker. Und ich so, was? Niemals. Das ist ja richtig random, oder? Ja, und hinten, Hack hast du Neues und funktioniert wieder alles. Das ist geil. Da hat man doch auch, sag mal ehrlich, da hat man doch ein geileres Gefühl, oder? Man hat direkt so ein geil, ich bin legal unterwegs, oder? Ey, 100%, ich fühle mich schließlich gut. Selbst wenn es nur 15 Euro sind für Spiegel, man hat einfach keinen Bock, irgendwie Stress mit den Koppers zu haben, irgendwie angehalten zu werden und so. Wenn man da full streetlegal ist, dann ist es immer geil, oder? Ja, 100%, 100%, deswegen habe ich ja auch gemacht. Ich meine, auch die 15 Euro, da kann ich getrost scheißen. Abgehoben? Ja, also jetzt mal gekommen, pro Realtalk. Ja. Also wenn ich jetzt ohne DB Eater fahre und dann 120 zahlen muss, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber 15 Euro. So wie er da vorne, Alter, guck, hör mal wie laut der ist mit seiner 125er. Stimmt, der ist mit einem MIFGP unterwegs, den haben wir gerade schon bei Mehmet gespottet. Übelgeil hatte ich damals auch, aber wenn man dann erst mal 18 ist und so ein großes Motorrad hat, dann denkt man sich so, geisteskrank, was habe ich da für eine peinliche Scheiße abgezogen. Ja. Wo fahren wir denn lang, geradeaus? Oder links? Geradeaus. Okay, dann einfach hier rüber. Da kennen wir nichts, einfach Vollgas rüberziehen und Vollgas. Ich muss sagen, guckst du gut, das ist eigentlich echt schön, oder? Ja, es ist halt sehr ländlich, sehr entspannt, aber bis jetzt, also ich muss sagen, ich finde es nicht hässlich. Ja, stimmt. Bevor ich hier war, habe ich es mir auch irgendwie schlimmer vorgestellt. Und ich finde tatsächlich, dass immer voll geil, wenn man in Orten unterwegs ist, die man aus Videos kennt. Ob das jetzt in München ist und man erkennt die Stellen von Moji wieder oder in Berlin und erkennt die Stellen von Kudewu aus den Videos oder Cover Queue oder so, ne? Das ist doch richtig cool. Das habe ich so oft und ich finde das voll geil, wenn ich so denke, ah ja, krass, an der Stelle war das und das oder hier ist Knossi mit Montes, Auto langgefahren und so weiter. Also Buxtehude ist ja eigentlich so ein kleines Dorf in Norddeutschland, was keiner kennt. Und nur weil Monte hier wohnt, hat das so einen extremen Stellenwert, ne? Das werden es zudem auch viele bei dir denken. Auf jeden Fall mit Hamburg, weil ihr fahrt ja auch überall in Hamburg lang. Was? Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, Hamburg ist der zweitgrößte Stadt Deutschlands. Ja, das kennt ja auch eigentlich keiner. Nein, das war der Roman. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie du es gemeint hast, natürlich, genau. Aber das ist halt voll geil, wenn man so Sachen wiedererkennt. Und das ist halt fast so, ich will das fast so auf eine Ebene stellen wie so Herr der Ringe oder so und du bist in Neuseeland und bist auf einem Schicksalsberg dann, ne? Ich war ja da wandern und du denkst so, krass, hier wurde Herr der Ringe gedreht. So ähnlich, natürlich nicht auf dem Level, aber so ähnlich ist das halt auch, wenn man YouTuber feiert oder so und denkt, ach krass und hier ist der und der aufgewachsen oder hier und der hat der das und das Video gedreht und so. Das finde ich immer cool. Total, total. Ich glaube, Niklas hat ganz oft damit zu kämpfen, um ehrlich zu sein, weil wir filmen ja ganz oft in meinen Krevel vor seiner Garage und dann hat er halt auch immer Fans da und dann sehen die so, oh, guck mal hier, da haben die das Motorrad von Blackout auseinandergebaut und von David, so, das ist halt echt krass, ne? Weil man erkennt das ja direkt, wenn du dran vorbeigehst, zu Fuß. Ja, normal. Oder jetzt halt Mehmet Döner. Mehmet Döner war geil, weil das kann ich aus dem Stream, ne? Da war ja Livestream hier mit Inscope unsympathisch und dann habe ich es jetzt gesehen und der schmeckt dann auch gefühlt besser, das ist so ein bisschen Placebo-Effekt. Also er war wirklich lecker, aber er schmeckt durch diese Bekanntheit, die man hat und dass andere Leute das eben so feiern, schmeckt irgendwie nochmal geiler. Ja, das kleine Bild von Monta hast du drin gesehen mit Mehmet im Arm. Ja, da habe ich sogar eine Story gemacht. So witzig. So geil. So witzig. So witzig. Er supportet halt Buxtehude, muss man sagen. Was hast du gerade gesagt? Er supportet Buxtehude, muss man einfach sagen. Achso, ja, total. Aber trotzdem hat er sich jetzt, glaube ich, ein Haus woanders gekauft, ne? Echt? Außerhalb von Buxtehude, ja. Krass, wo denn? Auch noch hier in der Gegend, oder? Ja, hat er nicht gesagt und wird er wahrscheinlich auch nicht sagen. Und das ist ja das Thema, rechtsrum, dass er will ja so ein Gaming-Zimmer machen und Raute, ne? Der eine oder andere kennt ja Raute vom RS3 aus Videos mit David, mit mir, mit Annika oder mit der R1, die auch auf den Messen stand, die Silversurfer. Ähm, der wollte ihm ja, der ist ja saniert, also der macht ja Haussanierung und der wollte ihm das bauen, aber es kommt jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht dazu, weil Monte echt so aufpasst, wem er das zeigt, wo er wohnt. Da wird halt nicht wieder sowas passiert und das kann ich halt auch voll verstehen, weißt du? Das nervt uns ja schon. Aber andere, Digga, mit so einer Reichweite, also Leute wie Unge sind nach Madeira gezogen aus dem Grund, ne? Ist er aus dem Grund nach Madeira gezogen? Nein, nicht nur, aber natürlich auch, also er meint halt, dass es trotzdem auch sehr schön ist, dass er mal in Ruhe einkaufen gehen kann und so, weil als er in dieser krassen Hype-Phase war, vor ungefähr zwei Jahren oder anderthalb, da hat er ja noch in Hamburg gewohnt, auch in der HafenCity. Und er meint, er konnte nicht rausgehen mehr. Das hat heute alles in seiner Vor- und Nachteile, ne? Ja. Es ist halt immer, ich sag immer so 90% Milchtankstelle, Lul. 90% der Leute sind immer cool damit, ne? Oder sind coole Fans, aber es gibt halt immer so 5% oder 10%, die sind einfach, die schätzen Privatsphäre nicht, denen ist das alles egal, die, weißt du, denen ist, die raffen das nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also, wenn man, wenn man sogar Menschen sieht, wo die Eltern dann vor der Tür mitstehen und klingeln, weißt du, wo man Geschichten von anderen YouTuber-Kollegen oder so hört, wo das so war, die dann sagen so, ja, aber mein Sohn will jetzt ein Foto machen, du bist doch Person des öffentlichen Lebens, das ist deine Pflicht und du denkst so, das kann nicht sein, dass die Eltern... Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal gehört? Ja, ja. Von einem Kollegen, der auch YouTube macht, muss man ja auch nicht drauf eingehen, jetzt, wer das ist oder so, aber es ist schon, äh... Grenzwertig, also das ist halt schon echt, wo ich mir denke, so, alter Schwede, so, packt euch mal einen eigenen Kopf, wie wäre das denn für euch, wenn ihr... Ja, das ist das Problem, das ist das Problem, wir können das nicht verstehen, äh, nicht nachvollziehen, weil die denken so, ja, wäre doch cool, wenn Leute bei mir klingeln und mir Fotos machen wollen, so, die stellen sich das so vor und denken, das ist geil, aber wenn man das dauernd hat, dann... Also, man, man wird halt in seiner Person, also belästigt, ne, so gerade auch JP oder so, hat ja auch viel darüber gesprochen, dass er gesagt hat, er macht grundsätzlich keine Fotos mehr mit Leuten, weil er kann nicht mehr mit dem Auto durch die Gegend fahren oder irgendwo anhalten oder so, weißt du, wenn du so eine große Bekanntheit hast, so, da ist es halt bei uns doch gut, dass wir so in so einer Nische sind, ne? Bei uns ist es halt super entspannt und wir können alle Vorteile genießen, ne, wir haben trotzdem die Möglichkeit, eben, ja... Boah, das ist eine Leistung, die die SMCR hat, bin ich schon so lange nicht mehr auf der Landstraße gefahren, das macht einfach richtig Bock, bin schon so gespannt, wie sich die 500 dann anfährt, gerade, gerade auch, wenn sie gedrosselt ist, ne, das wird ja da ein Riesending sein. Also deine 5 Monate wird gedrosselt auf jeden Fall schneller sein als meine 350. Meinst du? Ja. Also meinst du jetzt legit? Ja, wirklich, meine ich wirklich legit, weil... Wie viel, wie viel, wie viel ist deine eingetragen und gedrosselt? Irgendwie 34 PS, irgendwie sowas. Ah, krass, okay. Doch, meine wird so, ich glaube, auf 40 PS. Krass, ne? Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall viel mehr. Oder? Ist meine, ich weiß es nicht genau, kann auch sein, dass meine ein bisschen mehr eingetragen hat, I don't know. So, auf jeden Fall hat meine aber kein Bums mehr. Das ist das Ding, guck mal, wenn ich jetzt hier unterschalte und Gas gebe... Ja, doch, schon. Also, ja, es ist halt so, die will ein bisschen mehr, kann aber nicht. Der Motor, der ist schon ein bisschen am rumkraxeln, muss man ganz ehrlich sagen. Wie lange hast du die jetzt schon? Boah, ich glaube, zweieinhalb Jahre. Und die hat jetzt runter... Warte, ich guck mal. Kann man denn hier umstellen? Kann ich hier umstellen oder geht das nicht? Ah, ne? Ne. Boah, es ist so schön. Ja. Ich hab das so vermisst, bisschen Landstraße zu fahren, bisschen zu ballern. Ich lese auch immer wieder in den Kommentaren so, ja, es ist ja gutes Wetter, fahrt mal mehr Landstraße. Also, wir fahren auch echt, wenn dann, wenn wir selber für uns fahren, fahren wir natürlich viel mehr Landstraße als Stadt. Aber die Vlogs nehmen wir meistens in der Stadt auf, weil da einfach mehr passiert. So. Das war ein Lastrad. Ja, dir ist irgendwas Weißes aus dem Rucksack gefallen. So ein Knäudel. Was? Irgendwas Weißes ist dir gerade runtergefallen. Weiß eine Kugel oder so. Ja, ist auch so wie Styropor oder so. Hä? Wie, aus Rucksack? Ne, der Rucksack ist zu, aber vielleicht bist du auch rübergefahren da. Ja. Kann auch sein. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier sind alle meine ersten Videos so entstanden mit der Z750. Echt? Da bin ich immer lang gefahren hier, durchs alte Land und so weiter, ja. Voll cool. Das ist echt geil, wenn es jetzt langsamer wieder wärmer wird und so. Oh, darauf freue ich mich richtig. Die langen Sommernächte. Es ist super warm. Sind wir eigentlich, wo sind denn wir hergekommen? Von links, glaube ich, oder? Äh, ja, 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 von links. Das ist die Kreuzung, wo ich den Coaster Relay gemacht habe. Ja. Dann lass uns auch mal wieder links fahren. Gasthaus Königreich, guck mal. Geil. Der Ort heißt ja auch Königreich hier. Sehr schön. Guck mal jetzt mit der Sonne. Alter. Das sieht so gut aus. Echt schön aus. Boah. Das ist echt so nice. Ich fühl's halt total. Richtig super Motor Session. Ich glaube, heute ist auch der geilste Tag bis jetzt, 2020. Was Temperatur und Sonne angeht. Nächste. Nächste Woche sollte mal richtig richtig schön werden. Da stand irgendwie nur Sonne drin. Zwar auch ein bisschen bewölkt, aber auch, glaube ich, so 13 Grad und Sonne. Die Erderwärmung kommt, alle haben Angst im Süden und wir sind hier im Norden und freuen uns, dass wir auch mal gutes Wetter abbekommen. Ja. Eine Zeit. Das sag ich euch. Scheiß auf Corona. Sorgen musst du dir machen, dass die Schollen schmilzen. Adieu, Holland. Adieu, Frikande. Ja, Mann. Das ist sowieso echt crazy. Das ist so, wenn man da in die Meta-Ebene geht auch, das ist eigentlich für den Vlog überhaupt nicht gerade wichtig. Aber, Digga, was so in den nächsten 50 Jahren passiert, in denen wir leben, das wird crazy. Das wird echt krass. Da kommt noch viel crazy shit auf uns zu. Da bin ich auf jeden Fall mir sicher. Ich bin auch gespannt, wie das alles wird. Ich glaube, wenn es wirklich kurz auf knapp kommt, dann wird der Mensch halt agieren und würde irgendwas ändern. Das ist doch immer so. In der letzten Minute, in der letzten Sekunde. Sofern irgendwie alles halbwegs gut geht, okay. Aber wenn es dann richtig ernst wird, wenn das eigene Wohlbefinden auch in Gefahr ist, dann ziehen alle an einem Strang. Ist doch immer so. Ja, glaube ich auch so ein bisschen. Ne? Aber egal. Anderes Thema. Warum mal hier jetzt nicht drüber quatschen. Warum sind hier überall diese Äpfelzeichen zu hören? Du warst doch schon mal hier. Jeder zweite hat hier irgendwie einen Apfelhof. Ja, warum hat hier jeder ein Obsthof? Warum liegt das? Ja, das alte Land ist halt total bekannt für Äpfel. Ich bin jetzt euer Tourguide. Herr Bost, Frau Annika, wir sind hier im alten Land. Diese Städte hier ist sehr bekannt für Äpfel. Kennt ihr das alte Land? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich denke, guck mal, der Hund da hinten ist so groß wie ein Bär. Wo? Links. Zwei davon. Die Junge. Die ist wie ein Game of Thrones da. Diese Wölfe. Das ist echt richtig schön. Diese Reb... Wie heißt das? Rebdach oder sowas? Was weiß ich nicht. Rebdach? Wir wollten doch jetzt hier mehr über die Äpfel wissen. Also, wir sind jetzt hier in York. Ein kleines verschlafene Städtchen. In dem schon mal ein Stau entstehen kann, wenn einer abbiegen will. Das ist eine Extremsituation hier. Das sage ich euch. Jetzt geht da noch eine über die Straße. Sowas haben die hier seit 1987 nicht mehr erlebt. So ein Verkehrsaufkommen. Da kommen die Leute sogar schon auf die Straße aus ihren Hotels. Wundern sich. Was ist denn hier los? Noch ein Motorradfahrer. Mit einer Triumph. Ja man, drei Cylinder. Ja, aber ehrlich, es ist auch klar, dass so viele unterwegs sind bei dem Wetter. Klar, von ausnutzen. Hat er Landratenhandschuhe an? Das sah gerade voll so aus. Das wäre witzig. War es aber nicht. Ich glaube, es waren so Skeletthandschuhe. Wir haben gerade eine Story gemacht. Vielleicht sind jetzt alle auf dem Weg zu Mehmet. Alle. Alle. Also wäre ich ein krasser Fan und ich würde sehen, ihr seid bei Mehmet und das ist von mir keine Ahnung. 20, 30 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Ich würde sofort losfahren. Hier, Fan. 100 Prozent. Ohne Handschuhe. Oh, yo, yo. Also erstens voll kalt und zweitens voll gefährlich. Und drittens voll scheiße. Zieh dir mal Handschuhe an. Nicht gut. Also ich finde, ohne Scheiß ohne Handschuhe fährt es sich auch komplett behindert. Ist echt gut. Oder? Also wirklich jetzt mal legit. Also es fühlt sich einfach sehr unheimlich auch an. Man fühlt sich so nackt, wenn man so ein Ritual hat, was man immer gleich macht. Das ist so wie Zähneputzen. Wenn man ohne Zähneputzen ins Bett geht, das fühlt sich komisch an. Und so ähnlich ist das mit ohne Helm oder ohne Handschuhe fahren. Für mich hat das den gleichen Stellenwert. Auch wenn das ohne Helm natürlich viel gefährlicher ist. Es fühlt sich so komisch an. So, hier ist was nicht richtig. Aber hier ist es schon echt richtig. Oh Gott. Richtig schön, ne? Richtig schön. Ein sehr friedliches kleines Dörfchen. Außer wenn David Bosner wieder durchbrabt. Hier rechts. Das kann schon mal hier rechts. Das kann schon mal... Naja, wie hier rechts? Achso, du willst zu der Windmühle. Ja, wir können ja hier mal die Bikes abstellen. Man kann auch safe da oben drauf. Da sind doch so Bänkchen, oder? Oh, ich kratze mich hier voll durch meine Kombi hier die Carbon-Teile. Oh nein, Annika. Boah, das ist auf jeden Fall sehr schön. Oder? Ja. Alter Schwede. Ich hoffe, ich habe die kleine Landstraßen-Tour da. Achso. Ja, das war mein Tour von Mehmet-Döner. Hattest du noch eins? Ja, ich glaube schon. Habe ich ja nicht benutzt. Wir machen jetzt ein paar Fotos und ein paar Storys. Checkt gerne Instagram und TikTok aus. Ich heiße überall Blackout. Mehr gibt es in dem Video nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Checkt den Merch aus. Und ja, sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Peace. Und haut rein in den Dandraten. Pa, pa, pa.